healthy dude th ET ja! ooh eh pk komm mal zum weekly kommentaten mal! 我要 �it Ãnia m Platz frei haben, das kann ich leider nicht hören. Doomloot wollte ich. Okay hier, ne. Ja, bitte Doomloot. Morgen ist Feiertag, das ist keine Ausrede. Waren die Schiller-Gümmes? Ja, Doomloot ist Schiller-Gümmes. Ein paar andere auch. Ja, ja. Schiller-Gümmes. Wie viele Time Houses gibt es euch? 5 Time Houses. Ohhhh. Ohhhh! Oh, Laku kann das. Oh, das ist ja so gut. Oh, gut! Oh, gut. Oh, gut! Oh, gut! Oh, gut. Oh, gut. Oh, gut. Oh, gut. Oh, gut. Ja, Jan ist gerade nicht da, der spielt gerade gegen den jungen Hörig. Ich glaube, wir können jetzt mal landen in Sanktapfen. Daher auf Lenners. Hm? Ja. 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 Komm! Ja! 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Oh, I don't know right, because he is cute already, since yesterday, last week. Yeah. Yeah, but I'm madder. Yeah. Okay. I'm madder for the potion, who is the faster, right? I'm madder for the potion, who is the faster, right? Yeah. So, let's go. So, let's go. Brauchst du mich? Oh ja! Ist das nicht? Ich habe den Ball nicht gefertigt. Ist das nicht so wichtig? Ich hätte es so gemacht. Wenn er zu Nackern schaut, wenn ich nicht weiß wie es ist. Ja ich auch. Wenn einer zu Nackt geklutzt wird. Ich muss ja auch die Nackern schauen. Ich weiß wie wir sind. Die sind noch stunden, sieben noch stunden, das ist wie eine Frage halt, ne? Ja, ich weiß nicht, was ich habe noch. Ja, das ist halt wütend, dass ich mich nicht alle rausschmeißen kann. Das ist... Ja. Ne, ich kann halt keinen rausschmeißen, das ist halt das Gümmer. Das ist dann lieber bei 3-4-4. Ja, aber ich glaube, jetzt müssen wir noch 3-4. Ja? Ja? Ich habe jetzt die Außen gemacht, oder? Ja. Da brauchen wir jetzt nicht mehr spielen. Ja, der ist ja schon draußen. Der ist ja schon draußen. Nein, 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 nein. Ich glaube, ich meine Team. Ja, bei der Räder. Ich glaube, er muss schon gut sein. Wenn er jetzt nicht mehr will, dann ist das ja nicht schlimm. Ja. Wenn er nicht mehr will, dann ist das ja nicht schlimm. Ich muss mich dann drücken. Ja. 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 Oh, jetzt gut. Ja. Untertitelung des ZDF für funk, 2017